Hallo ehrliche Leute, ich begrüße euch wieder bei Geschichten aus dem Schatten, wo wir mittlerweile gut mehr der Insel aufgedeckt haben. Und ja, heute mal einen Blick darauf werfen können, was da so ein bisschen inhaltlich passiert ist. Letztes Mal sind wir hier an der Insel angelandet und haben dann quasi diesmal gestartet, die Insel zu erkunden und sind hier hoch. Haben mehr oder weniger direkt auf diesen Schädel zugesteuert, weil wir wussten, da kommt der Nebel her. Und der ist halt auf so einem Hochplateau, auf einem Berg. Sind an dem Ding hier, den E vorbei, da hatte ich was mitbekommen, aber nicht reingeguckt. Und sind halt oben hoch zu dem Schädel und haben da mitbekommen, wir haben zu dem Zeitpunkt den Manticore nicht mehr gesehen. Haben aber daraus eine tiefe Stimme gehört und den Nebel, der aus dem Schädel rausquollt, also wo die offensichtlich die Quelle ist. Und haben, als wir da ankamen, gesehen, dass ein Fehlwesen, eine Fee da rausgeflogen kam. Die hat auf Elfisch noch was zu dem Manticore gesagt, damit er sie rauslässt. Und er hat darüber gemotzt, dass die Diener der Vettel ihn immer aufwecken, so rum. Und dann haben wir da die rausfliegen sehen. Ich habe vor allem in Erinnerung, dass sie in einem Gewand aus Sehnsucht gekleidet war, wobei ich mir immer noch nicht ganz genau vorstellen kann, wie das aussieht. Aber es klang ziemlich cool. Und die ist dann weggeflogen Richtung dem, wo hier D ist, ungefähr. Haben wir das halt so ein bisschen untersucht, haben uns Gedanken dazu gemacht. Sowohl zu dem Manticore als auch zu Vetteln wusste unsere Magierin ein bisschen was. Vettel so ein bisschen die böse Variante einer Nymphe, die halt irgendwie in Gebieten leben, die total korrumpieren und generell bursachtig sind und alles vernichten wollen. Und Manticore halt mächtige magische Wesen, die sich aber durchaus auch, also von der Machtordnung aus passen wird, dass Vettel einen Manticore unter die Kontrolle bekommt. Und der scheint halt irgendwie wohl der Wächter für sie hier zu sein. Haben dann, sind halt einmal dieses Plateau oben abgegangen, um uns dann generell weiter umzugucken, anstatt mit Gewalt in den Schädel reinzugehen. Weil wir haben zwar den Spruch gehört, mit dem das Feenwesen da durchkam, aber wir vermuten halt, dass dann der Manticore uns sieht. Der ist nicht dumm, dass der uns angreifen würde. Und haben hier hinten G entdeckt. Das ist ein Höhleneingang, zu dem wir noch hinwollen. Wollten aber auch erstmal noch ein bisschen uns von dem Plateau heruntergucken. Und haben dann aber gehört, dass der Manticore sich in Bewegung gesetzt hat und wo Rose geflogen ist, Beute suchen. Und so sind wir dann schnell runtergeflüchtet, die Jügelkarte runter und sind bei, es müsste F sein hier, sind wir gelandet. Und haben da eine Quelle im Wald entdeckt. Und als wir uns der genährt haben, kam da so ein Wassergeist raus, der uns angemutzt hat, was wir denn hier wollen. Denn wir wollen doch sicherlich nur aus einer Quelle trinken. Und das erlaubt ja nicht jeder, der in seiner Quelle kommt, den zieht da rein und trötet ihn. Haben uns dann lang und breit mit ihm unterhalten. Was sehr cool war und auch viel Spaß gemacht hat, wenn wir zu dem Schluss gekommen sind, der ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber ist halt ein ziemlicher Hardliner, was Natur angeht oder was Wasser angeht. Der hat das Schwert erkannt, was unsere Schurkin-Revolverheldin dabei hatte. Was sie im dritten Abenteuer oder sowas mitgenommen hat. Und wir mittlerweile so viel darüber wissen, dass sie wohl aus den Knochen von einer der neun Riesen ist, die damals die Gezeiten gemacht haben oder sowas in den Dreh. Oder die Wellenmacher. Und das hat er halt wiedererkannt und hat sie deswegen damit assoziiert. Aber wollte uns halt lange Zeit nicht davon trinken lassen. Auch wenn wir halt angenommen, oder uns halt schon gesagt hat, dass seine Quelle halt eine heilende Wirkung hat. Was wir gerne gehabt hätten, weil von uns alle ziemlich durchgeprügelt waren. Aber der Einzige, der noch, glaube ich, recht wenig schon zu dem Zeitpunkt hatte, war ich, nachdem ich am Ende letzten Spielabends zwei Heiltränke geschluckt habe. Aber alle anderen hatten halt von den Harpien doch gut auf die Fresse bekommen. Und ich habe halt auch gut auf die Fresse bekommen. Dann hatte ich das halt mal schon wieder ausgerichtet. Aber es war so ein Heilung, können wir brauchen. Und im Endeffekt hat die Schurkin ihn tatsächlich überzeugt bekommen, dass wir davon trinken dürfen mit Argumenten. Die genaue Argumente, die ich mir in den Kopf habe, war die Idee, ihm quasi zu verkaufen. Und dadurch, dass die Vettel hier ist und was die macht, verseucht die halt auch sein Wasser. Und seine Quelle. Und er ist per se damit zufrieden, dazu zu bleiben und glücklich zu sein. Aber die Existenz der Vettel auf dieser Insel bedroht halt seine Quelle und sein Wasser. Und da wir gegen die Vettel vorgehen, hat er das Argument gezogen von, die Feinde deiner Feinde sind deine Freunde. Und damit hat er uns dann tatsächlich nach ein paar guten Würfen von ihr davon trinken lassen, was uns komplett geheilt hat. Und wir haben uns dann auch noch in die leeren Flaschen von Heiltränken, die wir hatten, weiteres Wasser abgefüllt. In Hoffnung, dass wir das vielleicht in Zukunft weiter nutzen können, um uns damit zu heilen. Ja, und haben uns dann überlegt, wo wir weiter wollen. Wir werden wohl als nächstes hier oben in die Höhle rein. Wir wissen doch, dass da irgendwas ist. Aber wir wissen eigentlich, was genau da ist. Wir werden aber wahrscheinlich in die Höhle rein wollen, um halt hinten rum, damit in diesem Shell zu kommen und rauszufinden, was dort diesen Nebel verursacht. Er darf nun dabei nicht gegen den Manticore kämpfen zu müssen. Und wir haben noch mitbekommen, dass die Harpie über die Insel fliegt und allen zuruft, dass alle Handlanger von Knäuschen Meera uns jagen und vernichten sollen, weil wir sind halt böse und gemein und haben ihre Schwestern getötet. Ob die Handlanger jetzt auf eine hysterische Harpie hören, wissen wir nicht. Aber da ist halt auch der Name Knäuschen Meera nochmal gefallen. Was ich persönlich sehr gut finde, weil mein Kopf redet sich jetzt die ganze Zeit, wie genau hängt das zusammen. Und so ein paar Theorien dazu entstanden sind. Unter anderem wäre, also ich finde, so das klingt momentan, ist danach, als wäre Knäuschen Meera selbst die Vettel. Und die halt hier als mächtiges Wesen dahinter diese Insel erzeugt hat, um von hier aus die Stadt mit dem Nebel anzugreifen und zu vernichten. Und das würde dann dazu denken, wir hatten den Namen ja vorher schon mal gehört. Ich glaube, das würde dazu passen, dass die Vettel schon länger dahinter steckt und diese ganzen Sachen, die hier die Stadt angreifen, immer gemacht hat. Wir hatten ja unter anderem schon den, wie heißt das, diesen Philippus, der Typ, der am Anfang seine Verlobte, also die hat sich in Dämonen verwandelt auf ihrer Hochzeit und Philippus, die hätten wir ganz am Anfang von der Insel gerettet. Und dann haben wir ihn ja wieder getroffen, später nochmal, unten in dem Kultgebäude. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, wie sowas wie, dass die Vettel durchaus Feenwesen angehaucht ist oder vielleicht selber ein Feenwesen ist und da wechseln wir gar nicht auch dazu, dass sie halt durchaus in der Lage ist, die Körper zu übernehmen und sie sich halt quasi als Philippus ausgegeben hat, um zu korrumpieren und dass wir halt quasi ihr immer wieder schon mal begegnet sind, ohne zu wissen, dass sie halt sie ist, als Bösewicht, die dahinter steckt und entweder ist sie der Dämonenfüster, wir wissen ja, dass es in der Form wird das geben, der dann wird zur Apocalypse führt, und entweder ist sie das oder sie ist diejenige, die den beschwören will, weil sie ja doch schon viele dämonenkultige Sachen da mit drin hatte. Da bin ich sehr gespannt, was wir hinterher rausfinden, aber für mich klingt das aktuell so, als wäre Knäuschen Mera die Vettel, weil das ist der Name von ihr, die halt hinter vielen Sachen hier hinter steckt und auch durchaus möglich, dass wir der halt schon häufiger mal begegnet sind, dass deswegen der Name auch schon mal gefallen ist, weil ich kann mich echt nicht erinnern, wo wir den gehört haben, weil ich weiß, dass wir den in dem früheren Abenteuer schon mal hatten. Und dass zum Beispiel diese, was wird zum dritten oder vierten Abenteuer gewesen sein, wo wir von der Farm des Bauer Schinken aus los sind und dann diese Höhle gefunden haben, wo wir auch das Schwert hergefunden haben, dass das halt durchaus auch irgendwie mit ihr da zusammenhängt oder sowas. Werden wir hoffentlich mit der Zeit mehr darüber herausfinden, auf jeden Fall planen wir jetzt als nächstes halt in die Höhle reinzukommen und mal sehen, was wir da dann finden werden. Bis dahin, Leute, macht's gut. Leute, macht's gut. Philippeņr